Lege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen, konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken aufkommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Stell dir vor, du sitzt in einem gemütlichen Sessel vor dem Kamin. Du trägst deine bequemste Lieblingskleidung. Du fühlst dich wohl und geborgen und genießt die Wärme des Feuers. Schau genau hin. Sieh das Züngeln der Flammen, die verschiedenen Farben des Feuers. Lausche dem Knacken der Holzscheite. Neben dir auf einem Tisch liegen Papier und Stift. Nimm diese jetzt zur Hand und notiere eine Begebenheit, eine Sorge, einen Gedanken, der dich beschäftigt und den du endlich loslassen möchtest. Was soll dich nicht mehr beschäftigen? Ist es Stress, Wut, Trauer, ein Streit? Etwas, das dich stört? Eine Begebenheit, an die du immer wieder denken musst, obwohl du es gar nicht möchtest? Hast du Sorgen? Schreibe es auf. Sieh dich selbst, wie du den Stift hältst und die Worte auf das Papier schreibst. Falte deinen Zettel, stehe auf. Stelle dich vor das offene Feuer im Kamin und werfe deine Sorgen, deine belastenden Gedanken einfach ins Feuer. Lasse ganz bewusst los. Bedanke dich beim Feuer, dass es dir diese Last abnimmt und spüre deine innere Leichtigkeit. Dann setz dich wieder in deinen bequemen Sessel, genieße die innere Freiheit und komm ganz langsam ins Hier und Jetzt zurück. Bewege deine Füße und deine Hände, strecke dich, wenn du magst und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein, öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. 解 die Ecke 1 7 8 9 8 8 9 10